Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Casey Rebel und Summer Jam Maximum 3. Im Juni 2017 erschien mit Maximum das erste Collabo-Album der beiden. Mitte Mai verkündete Summer Jam dann, dass es wegen der Corona-Krise zu keinem zweiten Teil kommen würde. Einen Tag später gab jedoch Casey Rebel Entwarnung und gab bekannt, dass sie Teil 2 übersprungen hätten und direkt Teil 3 veröffentlichen werden. Maximum 3 beinhaltet 14 Tracks, als Features wurden bis jetzt Loredana und Luciano bekannt gegeben. Das Album kommt über Banger-Musik und Rebel Army und erscheint als CD und auch als Box. Arkad's Odyssey. Das letzte Release von Arkad's Dämonenfänger erschien im September 2018 und liegt somit schon mehr als zwei Jahre zurück. Auf seinem neuen Album widmen sich Arkad's den Wegen, die das Leben so nimmt und welche Prüfungen und Hindernisse es mit sich bringt. Odyssey kommt mit 16 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von CR7Z, Kaffig und Kreecho Stalker. Das Release kommt über No Return Records und erscheint als CD und auch als Bundle. Milonair Stash. Im Juli 2019 erschien mit Gangsterticken Anders das letzte Album von Milonair. Jetzt meldet sich der Hamburger mit Album Nummer 4 zurück. Stash beinhaltet 14 Tracks, Features kommen unter anderem von Haftbefehl, Kollegah und Samra. Das Album kommt über sein eigenes Label Blog Panorama und erscheint als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt aber hier auf. Ciao.